Mach wie du willst, ist mir wurscht Parkier, Standard, Fahndung selber aus Aufholen, Windschatten ein, feste Kameraden Festen Platz, ja Gut Na ja, dann hopp Du bist jetzt bei, ja, spiel Gut Wert um 82% erstellt von Rockstar Offenabwag Rang 1 Entfernung 2,2 Kilometer Ok, die ist relativ kurz Ja, dann ist er mit 3 Runde ganz gut So, was für Fahrzeuge haben wir denn? Akkuar Oh geil, ich fahre da Overflut Autarch Ok So, noch 5 Sekunden So Ja, hi, da ist nochmal das A-Juckel Biesli unterwegs Die Labertasche, könnte man da auch nennen Hm Ah ja Ja Wir machen hier nochmal so geiles Rennen Aber mehr kapieren wir noch nicht Ja, und irgendwo am Flughafen Also er kapiert noch nicht schon Auf jeden Fall ist cool, dass man dann Ja Wahrscheinlich ist das F-L Oh, mal gucken, ey Ich glaube, ich habe bestimmt wieder das falsche Fahrzeug für die Runde Auf jeden Fall, ich bin gut bei der Ja, wohl sind die an mir vorbei Ja 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 Das geil ist, dass man durch die Rennstecke einen staden Risch erkennt Oh Du hast doch so der, das Ding Nein Ne Ich weiß ned War's ned Jo Nichts mit dem nicht so gut auf einer so stricken Muss ich mal feststellen Ja, und B2. Ja, die haben wieder voll schlecht ab hier. Durchblick. Recht geil gemacht. Recht richtig geil gemacht, das macht Spaß. Ja, das kostet Zeit, wenn du mit mir auf der Strecke fährst. Was wäre denn das doch für Vogel? Ja, das macht richtig Spaß. Oh, da habe ich noch mal echt gut aufgehäumt, muss ich auch mal sagen. Jetzt gerade dritte. Das war jetzt die ganze Zeit der Strecke. Boah, du Arsch. Was, du Arsch, du hast mich weggedämpft. Dann ist war. Hör auf hier mit so einländigen Kraftausdrück, um es zu schwachen. Ja, ja. Ich verstehe die. Was bist du vor mir, du Sack? Na, langsam war nicht gruff. Ich bin die ganze Zeit, ich halt, oh, du Arsch. Ist klar. Ist klar, hat die mich da weggebombt, ey. Der Ent von links, der einer von rechts. Jo, ein Mich-A. Das bin das Vierter-Gent. Aber das war schrecklich. Nee, ich bin jetzt mehr oder weniger vom Zweiter oder Erste auf den Lettel-Serie gefallen. Das war nicht nett von der Arschgeige. So gab es nicht so viel wie nicht. War echt nicht so lange. Der hat es echt nicht verdient. Wirklich letzter, ja, ich bin Vierter. Scheiße. Und dann... Du hast richtig gut gefallen. Nee, die war langweilig. Nee, ich fand es cool. Oh, gefälschlicht. So. Loser, ey.